Was er eine Menge vorhat, das wussten wir ja schon, er hat ja ein paar Mal angekündigt, dass er die AG umstrukturieren möchte, sprich die Strukturen verschlanken möchte und damit geht es jetzt los, beziehungsweise jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Umgesetzt wird das Ganze dann ab März 2021, wir haben hier schon mal darüber gesprochen, es wird in Zukunft statt 20 Bereichsleiter nur noch 10 Direktoren geben, 8 Posten sind bereits besetzt, 2 weitere werden zeitnah besetzt, möglicherweise durch externes Personal und nur damit man so ein bisschen auch versteht, auf welcher Ebene wir uns hier befinden, das ist praktisch jetzt dann wirklich die Hierarchieebene direkt unter dem Vorstand. Also schon sind schon wichtige Posten, die hier besetzt wurden und es gibt dann auch schon ein paar erste Namen, die hier in den diversen Zeitungen oder ein bisschen so online dann thematisiert werden. Zum einen wird es in Zukunft keine NLZ-Doppelspitze mehr geben, also Thomas Krücken und Rainer Mutschler haben das ja die letzten, ja knapp, ne über ein Jahr war es jetzt ja schon, zusammen gemacht und ab sofort ist Krücken alleiniger Direktor in Sachen NLZ. Allerdings sagte Thomas Hitzesberger, Sebastian, und da musst du mir das jetzt mal erklären, wie man das verstehen soll. Das Einzige, was Rainer jetzt hinnehmen muss, ist, dass er nicht mehr denselben Titel hat, aber die Aufgaben bleiben gleich. Der Wert, den er für uns hat, bleibt. Genau, und vermutlich bleibt auch das Gehalt, das er bezieht, gleich. Also ich würde sagen, die Konsequenz ist, er muss sich neue Visitenkarten drucken lassen. Okay, also ich hoffe, dass... Wieso ging es doch, oder? Ja, ich verstehe es halt nicht so ganz. Also wenn ich... Ich auch nicht. Also geht es jetzt einfach nur um die Bezeichnung, also er ist jetzt halt, was weiß ich, Vizedirektor, oder? Ja, keine Ahnung, und ich glaube, es war ja bisher auch so aufgeteilt, dass der eine quasi Direktor Administration und der andere ist Direktor Sportlicher Bereich und jetzt gibt es halt nur noch einen LZ-Direktor und der andere kriegt einen anderen Titel, aber macht genau das Gleiche, verdient genau das Gleiche. Ja, schwierig. Also steige ich noch nicht so ganz durch. Wir auch nicht. Es scheint für mich jetzt keine grundlegende Struktur oder Strukturreform zu sein, sagen wir es mal so. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, wir nehmen natürlich jetzt hier am Montagabend auf und die Meldung ging jetzt gerade eben über die diversen Ticker und es kann natürlich sein, dass ihr es jetzt hört am Dienstag und es gibt irgendwie ein ausführliches Interview oder Statement auf vfb.de dazu. Also sollte sich da was in den nächsten Tagen tun, werden wir es am Donnerstag in der Ausgabe natürlich dann direkt wieder aufgreifen. Aber jetzt, was man in der Kürze der Zeit erfahren konnte, bleiben schon noch so ein paar Fragen offen, was auch interessant ist. Ja, Sebastian? Ja, nee, alles war gut. Es bleibt spannend, also gerade die Personalie ist ja auch in anderer Hinsicht noch spannend. Absolut richtig. Und auch spannend ist, was mit Oliver Schraff in Zukunft passieren wird. Das ist ja der ehemalige Kommunikationschef, das kann man schon mal sagen, der inzwischen beurlaubt wurde, beziehungsweise beurlaubt ist nicht ganz richtig. Er muss sein Amt ruhen lassen, so hieß es glaube ich in der offiziellen Meldung des Vereins, denn Oliver Schraff war ja auch der Kommunikationschef, als die Datenaffäre akut war, also sprich 2016 und die Zeit davor. Wir haben ja schon mehrfach über Karnstadt-Analytiker gesprochen und Oliver Schraff ist einer der beiden gewesen, die eben die Aufgaben ruhen lassen mussten und auch noch müssen. Und inzwischen weiß man auch, er wird jetzt, wie gesagt, nicht als Kommunikationschef zurückkommen. Die Stelle ist erstmal unbesetzt, da sucht man dann wohl noch nach einem neuen Direktor für diesen Posten. Aber Thomas Hitzisberger, Sebastian, hat angekündigt, dass er Oliver Schraff gerne im Verein behalten möchte. Ja, wie sieht man denn das? Also es ist ja schon interessant, dass Oliver Schraff als einer der, wie kann man Hauptbeschuldigten sagen in Sachen dieser Datenaffäre, oder ist das zu hart von mir ausgedrückt? Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also wenn ich jetzt jemanden damit auf die Füße treten sollte, nehmt es mir nicht rum. Ich will halt nur sagen, das ist so ein mittlerer Name, der meistens diskutiert wird. Genau, wenn es um die Datenaffäre geht, dann hört man immer den Namen Oliver Schraff und Uwe Fischer, der ist dem Ganzen hier zum Opfer gefallen. Uwe Fischer. Genau, also der ist irgendwie raus aus dem Organigramm, ne, der Oliver Schraff auch. Jetzt erstmal soll aber dem Klub erhalten bleiben, ist natürlich auch ein VfB-Urgestein, das kann man so sagen. Und an der Stelle sei auch, dass er derjenige ist, der Thomas Hitzisberger zurück zum VfB geholt hat. Also nur aus Transparenzgründen. Ja, das muss man dazu sagen, ganz klar. Ist halt so, ne, ist ein Fakt. Das heißt natürlich jetzt nicht zwangsweise, dass Thomas Hitzisberger hier irgendwie versucht, seinem alten Kumpel irgendwie einen Job zu ermöglichen beim VfB. Das meinen wir damit jetzt nicht, damit das nicht falsch ankommt. Aber Sebastian bringt es halt auf den Punkt, man sollte das halt nicht vergessen. Da hängt halt schon noch so ein bisschen was zusammen. Also müssen wir auch erstmal abwarten, wo Schraff in Zukunft unterkommen wird. Also mal sehen, vielleicht muss er, keine Ahnung, mit Holger Lhasa zusammen das Stadionprogramm machen oder so. Also dann ist es ja auch ein Mehrwert für alle Beteiligten. Aber Holger Lhasa wäre ja auch eine Personalie als Kommunikationschef, oder? Ja, genau. Alles klar. Da freue ich mich schon drauf. Unterhaltungschef heißt das dann aber beim VfB in Zukunft. Nicht mehr Kommunikationsdirektor. Schief am Entertainment, ja. Großartig. Weitere Posten, die besetzt wurden, unter anderem Direktor Sport wird oder bleibt Sven Missinter. Das heißt dann wohl auch, dass Sven Missinter nicht Vorstandsport wird beim VfB. Vorstand, ja. Wie es vielleicht klingen mag, aber Ulrich Ruf genießt hier schon einen besonderen Ruf, wenn man das so sagen kann. Dann haben wir Finanzen und Rechnungswesen. Das wird von Tobias Keller beackert. Dann haben wir Operationsdirektor Bernd Burger. Namen, die ich noch nie gehört habe, aber... Ja, auch Position, die ich noch nie gehört habe, muss ich gestehen. Beziehungen zu anderen Unternehmen, Markus Erdmann, okay. Und Beziehungen zu Kunden, Jens Bräuning. Auch davon habe ich noch nie was gehört, aber mal gucken, was da noch in den nächsten Tagen so an die Öffentlichkeit kommt, was das dann genau ist. Achso, Personal und Recht habe ich vergessen. Das ist, also dieses Ressort ist auch noch umbesetzt aktuell. Also da sucht man wohl auch noch nach einem... Genau, also Kommunikation und Personal und Recht sind aktuell umbesetzt. Also zwei von zehn Positionen sind noch nicht besetzt. Und viel spannender als die acht Namen, die wir jetzt haben, wären ja eigentlich die zehn Namen, die jetzt rausgeflogen sind. Ja, auch da fehlt uns so ein bisschen der Einblick. Ja, absolut gut. Interessant ist es allemal, ob es jetzt wirklich viel ändern würde, wenn ich wüsste, wer da rausgeflogen ist. Oder beziehungsweise ist er wahrscheinlich nicht rausgeflogen oder sie, sondern eher dann ein Glied nach unten gerutscht oder so. Abgestiegen, ja. Ja, ähnlich wie Mutschler, der eben jetzt dann Vizedirektor NLZ ist oder so. Ja, das bringt uns halt nicht weiter jetzt darüber zu spekulieren, weil jetzt allein, dass es halt diese zehn Ressorts gibt, diese zehn Direktorposten, verändert für mich erstmal rein gar nichts. Also ich denke mal, da muss ja noch von Seiten der AG beziehungsweise Thomas Hitzesberger dann irgendwie so eine kleine Erklärung kommen und dann kann man das vielleicht besser einordnen. Und dann geht es ja sowieso darum, wie arbeitet die AG dann miteinander. Und ich sage mal so, eine Verschlankung kann, glaube ich, nicht der falsche Weg sein. Denn Menschen, die mal beim VfB tätig waren, auch in der AG-Zeit, bestätigen einem eigentlich, also da laufen schon unnötig viele Menschen rum und eine Verschlankung ist nicht das Falscheste, wenn man das vorausdrücken kann.